Wo waren Sie gestern zwischen 21 und 22.30 Uhr? Also, wo waren Sie gestern zwischen ein... Wo waren Sie gestern? Ist das ein Wahnsinn, bei dem Lärm kann man noch nie lernen. Wo waren Sie gestern zwischen 21 und... Ruhe! Nun, entspann dich doch mal. Ich bin entspannt! Schatz, ich glaube, du brauchst jetzt Grün. Seit Braurig. Grün! Grün, die natürliche Rückenentspannung. Grün tut gut.